Der Iran hat Gespräche mit den USA für eine Rückkehr zum Atomabkommen abgelehnt. Zuerst müsse die Regierung in Washington die Sanktionen aufheben, so das Außenministerium in Teheran. Und dann werde man seinen Verpflichtungen wieder nachkommen. Die USA hatten zuletzt signalisiert, auch zum Atomabkommen zurückkehren zu wollen, das die Trump-Regierung verlassen hatte. Washington fordert allerdings, dass sich zuerst der Iran an die Vereinbarungen hält.